über zehntausend jahrhunderte würde brauchen yo hey leute erst mal machen wir den trailer mal da sind brauchen wir gar nicht herzlich willkommen zu diesem neuen video ich meine ich habe so sehr schon wieder gelesen der anlass für dieses video ist nicht der beste würde ich sagen aber zunächst mal wie gesagt noch mal offiziell dankeschön für 250 subs nochmal es wird demnächst auch ein bestoff kommen das heißt wer ideen oder wahrscheinlich wird es ein faq geben oder so hat darf gerne auf meinen discord server drauf kommen hier gamer community link dazu findet ihr in der video beschreibung und natürlich fangen wir direkt mit werbung an ja hier wenn ich mal ganz kurz hier rüber gehe dann seht ihr hier schon eine sehr sehr komische aboliste eine absolut komische aboliste ich habe schon angefangen die ersten subs zu entfernen davor kam noch mal so 30 40 stück und ich habe die nicht abonniert und bevor jetzt irgendeiner kommt ich brauche jetzt hier übrigens keine kommentare von wegen ende dein passwort habe ich gemacht auch wenn es eigentlich nicht nötig gewesen wäre weil mein passwort davor aus gut ich brauche kannst du dir eingeben aber einfach so davor aus einem sonderzeichen großbuch also ein sonderzeichen großbuchstaben und zahlen und kleinen buchstaben also eigentlich an sich schon mal relativ sicher so dann bin ich aber nach dem google gesagt hat oh ja wir haben einen verdacht eine verdächtige aktivität auf dem schild da war es nicht habe ich gesagt okay endlich mein passwort habe mein passwort geändert in sonderzeichen buchstaben klein großbuchstaben und zahlen wenn ich kann man beispielsweise mit meinem passwort generator gemacht das habe ich nur das passwort nicht sichtbar angezeigt werden nein wenn sie nicht so und hier gibt es dann die möglichkeit wenn ich hier neun ding anlege sage passwort und hier passwort gibt es eigentlich die möglichkeit es zu generieren glaub hier unten ist es genau passwort erstellen und ich meine ihr seht ja hier schon was das was denn hier wird das sind meine aktuelle passworte also in etwa dem stellen sind sie großbuchstaben kleinbuchstaben ding sonderzeichen mehrdeutige zeichen jeder zeichentyp ist erforderlich es gibt mindestens eins und hier 64 respekt wenn die er es wirklich schafft dieses passwort zu knacken wir können sie mal ganz kurz nehmen es gibt diese passwort passwort checker online von kaspersky ist der einfach also mein passwort würde zum knacken benötigen über 10.000 jahrhunderte würde brauchen auf einem normalen heim pc es gab glaube ich früher auch mal so eine ansicht hiervon ich glaube das war da aber ich bin natürlich nicht sicher gab es auch die möglichkeit zu sehen wie viel es zum beispiel auf einem auf dem aktuell beste super pc laufen würde und ja ihr seht wie sicher meine passworte sind dazu habe ich nur diese zwei faren ich weiß nicht wer das kennt das heißt dass du mich einloggst kriegst du ein code auf dein handy das geht über eine app das heißt man kann auch keine es würde auch nicht gehen wenn du eine sms abfängst das findet komplett offline nur auf einem gerät statt und ich kann es nicht erklären ich vermute mal google hat hier wahrscheinlich einen fehler weil das ganze ding ist jetzt mal meine theorie ich weiß nicht wie es ist aber es ist so meine theorie weil das ist ja mein nicht das ist mein main konto sondern hier das hier ist mir mein main konto und hier ist auch meine abo liste komplett normal also hier sehe ich keine auffälligen aktivitäten aber hier das hier und das sind beides rent konnte ich weiß nicht ob ihr wisst was brennen konnten sind kurz gesagt brennen konnten sind quasi einfach so unter konnten die direkt mit denen du dich nur anmelden kannst wenn du das passwort von dem main konto hier hast du brauchst keine extra e mail adresse und kein extra passwort dagegen 99 prozent der youtube kanäle sind tatsächlich auch so weit ich weiß nämlich brennt konnten weil du jedes mal wenn du sagst kanal erstellen wenn ich neues konto erstellt automatisch brennt konto stellt hat wird ja einfach weil es bequemer es kann mir jetzt vielleicht auch zu einem eigenen account ist verschieben müssen aber er sieht hat hier schon diese abo liste die scheint nicht menschen gemacht und das ist schon der zweite aufnahmeversuch gerade eben war der letzte sap hier und inzwischen sind schon wieder so viele schon wieder ein paar neue subs dazugekommen also es passiert gerade live auf meinem channel sag jetzt mal aber das halt wie gesagt meine vermutung dass es hier bei google anscheinend irgendwelche fehler gibt oder eine möglichkeit gibt dieses konto zum gehen und quasi direkt in die brand konnten reise hüpfen aber wort ist es übrigens kein botting account von mir sondern ja okay gut ich glaube das liegt tatsächlich daran weil auch man das zweite brand konnte was darüber angelegt worden ist ebenfalls gelegt worden ist ja also ich glaube das wie gesagt meine theorie jetzt dürfen wir hier darf ich wahrscheinlich hier die nächsten halbe stunde kanäle die abonnieren ja also falls in den nächsten tagen irgendein komisches video hochgeladen werden sollte dann nicht wundern dass es nicht von mir dann kommt es von irgendjemand anderem und ich habe mich auch schon bei google sofort gemeldet ich weiß aber jetzt schon dass das was ich zurückbekommen werde einfach nur ist ja ändern sie ihr passwort aktiviert sie 2fa und ich wollte sie nicht abonnieren nochmal und das ist so meine vermutung was da zurückkommen wird die kasse was also ganz einfach sind das hier für kanäle die abonniert worden sind was sind das für kanäle what the fuck also ja ich muss wie gesagt mal schauen wie ich wieder die kontrolle über meinen google account bekomme also ja mal schauen vielleicht wird auch diese woche gar kein video kommen falls ich kann im schlimmsten fall passieren dass quasi dieses brand konto weg ist oder wenn irgendwelche videos hochgeladen werden kann auch sein dass den strike bekommen das ist gerade meine größte sorge dass ich einen strike bekomme auf mein video aber ich guck mal ganz kurz hier die ab okay die ist relativ kurz die abolüste ja also ich weiß echt nicht wie die das machen und was ich dagegen tun kann ich kann mal probieren alle in die google integrations zu trennen aber es wäre mir neu dass eine integration youtube kanäle subben darf da steht glaube ich auch so in den AGBs drin dass das nämlich eine integration nicht machen darf youtube kanäle abonnieren weil es immer noch eine user entscheidung sein soll und ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht also ich werde jetzt mal weiter kanäle die abonnieren mal schauen was die zukunft bringen wird ich werde euch auf jeden fall über auf jeden fall über twitch welchen live streams noch mehr dazu sagen wenn ich irgendwas weiteres weiß oder auch über meinen discord server oder über andere social media sachen ja dann wie gesagt haut rein und ich mache diesmal letztlich kein like abo weil ich finde es ein bisschen mehr zu irgendwo angebracht deswegen haut rein habt noch einen wunderschönen tag auch wenn der tag heute für mich nicht so wunderschön ist und ja tschüssi